Du, ich grad aus dem Gerichtssaal raus und erstmal hierher, ne? Kurz mal Bescheid geben. Neue Folge Judge Dizzy ist raus, ne? Und die kommt jetzt. Gut. Ich sehe hier wunderbare Antlitz. Soll das so, oder? Nee, soll nicht so. Ich mein, das ist schön, also ich... Warten Sie. Das kribbelt ein bisschen am Nippel, aber ich weiß nicht, ob das so soll. Warten Sie. Ich warte doch, ich bin noch nie weg. Naja, dann machen Sie doch. So. Mann, 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 Herr Juttke, eh mal mit Ihnen und Technik. Die sind aber auch auf Kriegsfuß, wa? Haben wir. Haben Sie? Hat er. So, Rinnensaal. Wo sind Sie denn? Da. Na, hier. Wissen Sie, die Haare schön gemacht heute? Wie immer, Herr Juttke, das ist meine Staatsanwaltschaftsfrisur. Naja, ich möchte nicht über Ihr Aussehen reden, Herr Ablaufski. Da komme ich immer... Da ist immer ein halber Brechreiz. Ich wollte gerade sagen, Sie sind ja die zwei Stunden schon rum bei den ganzen vielen positiven Adjektiven, die Sie sich dafür ausdenken müssen, wa? Ja, richtig. Die Betonung liegt auf ausdenken müssen. So. Wer verscheißert hier eigentlich wen, Herr Juttke? Weiß nicht. Dachte eigentlich bisher, dass ich Sie verscheiße, aber irgendwie halt das gefühlt ist andersrum. Nee, heute geht die Wurst hier mal andersrum, ja. Na gut, Herr Juttke. Wie gesagt, ich habe was vorbereitet. Wir haben ein bisschen was vorgekocht, ein bisschen Kartoffeln vorgeschält. Ja. Und zwar, Herr Juttke, werden wir uns heute mal das Thema Blocking so ein bisschen angucken und das Thema Lackschaden. Dazu haben wir Fälle vorbereitet, die wir uns mal gerne zusammen anklicken können, bevor wir den einzelnen Fall entscheiden, Herr Juttke. Bevor wir jetzt aber hier den Jumi abschießen, möchte ich nochmal eine Klarstellung, eine Richtigstellung. Ich habe das letzte Mal Dünnpfiff erzählt, ich meine, tue ich sonst nie, aber da hatte ich aus Versehen was falsch gesagt. Und zwar hatte ich gesagt, dass die Frist bei einem Report, der nicht nach Guideline ist und deswegen abgelehnt wird, verlängert wird. Das ist angedacht, das soll auch systemisch eingesetzt werden, ist aber leider noch nicht so. Also das bleibt immer noch bei den 72 Stunden wahr und deswegen muss man sich da ein bisschen beeilen. Wir wollen das aber umsetzen, dass wenn wir einen Report nicht nach Guideline ablehnen, dass derjenige dann nochmal 72 Stunden die Chance hat, den Report zu überarbeiten und dann nochmal neu einzureichen. Ja, besser ist auch. Das wollte ich nur nochmal als Richtigstellung, weil da habe ich Quatsch erzählt, letztes Mal. Ja, Sie erzählen eigentlich grundsätzlich nur Quatsch, um das mal klarzustellen. Na gut. Der Deckel ist drauf, ich wollte was trinken, hat nicht funktioniert. Da sehen Sie mal, Sie machen mich ganz kirre. Mann, 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 während der Verhandlung einfach trinken. Kann ich jetzt auch meinen Flachmann rausholen oder was? Wissen Sie, ich habe eben gerade geschwitzt wie ein Schwein. Ich habe gestunken. Das haben Sie schon gerochen. Ja, das riecht man von hier bis Ohr Erkenschwick West, würde ich sagen. Richtig, so. Herr Zablowski, immer rin? Wir knallen rin. Was haben wir denn im Angebot? Wie gesagt, wir behandeln jetzt erstmal Unterrichtsstunde 1 bei Herrn Dr. Lehrer Zablowski, wir gucken uns das Thema Blocking mal an. Und was wäre da nicht prädestinierter als Paul Ricard? Hm. Na? Ja. So, Herr Lutke. Ja, naja, Sie warten jetzt bestimmt auf eine Fallnummer, wa? Ja, ich kann auch selber gucken in der Akte. Na ja, 3, 2, 3, 6, 8. Damit fangen wir an. Und wie gesagt, ich würde jetzt mal, wie gesagt, vorschlagen, wir machen ja sonst immer Report nach Report mit Judgment. Wir gucken uns jetzt mal 3 Reports nacheinander an. Und dann können wir da so einen kleinen Vergleich, denke ich mal, ziehen. Sind Sie wahnsinnig? Na, was denn denn? Das fragen Sie noch, oder was? Wie, ich mache jetzt hier 3 Hütten auf und dann wird nicht mal der Hammer geschwungen? Na, wir schwingen den Hammer danach. Danach machen wir Fließbandhammering. Danach wird dann alle 3 Deckel drauf. Haben Sie das nicht verstanden, oder was? Ist der Mottenfiffi zu eng, oder soll ich das nochmal hier für, äh... Sie wollen sich jetzt 3 Videos angucken? Ohne was zu entscheiden? Und dann nach dem 3. erst? Herr Lutke, Sie sind so scharfsinnig, also wirklich, Sie können gerade so scheiße im Dustern riechen, wa? Naja, sicher. Machen Sie mal, Herr Lutke, vertrauen Sie mir mal. Nehmen Sie jetzt mal eine Hand. Naja, ja, ja, ist ja gut. Ich vertraue Ihnen jetzt mal. Was haben wir denn hier? Wir haben die lange gerade Paul Ricard. Hier haben wir den ersten Fall, den wir gleich nochmal aus der Heli-Perspektive besser zu sehen bekommen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Thema gerade hier, Paul Ricard, die lange gerade Windschatten, rausziehen, Blocking, Weaving, was das da auch noch sonst für Praktiken gibt, die man sonst nur im Swinger-Club macht. So, Herr Lutke, Urteil haben Sie schon mal für sich so ein bisschen mitgenommen, so, haben Sie sich da schon mal? Ne, wir gucken uns ja jetzt hier drei Filme an, haben Sie gesagt. Naja, mitdenken müssen Sie trotzdem, also ist nicht so wie in der siebten Klasse, wenn dann der Chemieleder das ausfällt, dass dann die Vertretung rinkommt, ein Fernseher rinschiebt und dann Bine Maja gekickt wird. Also Sie müssen da schon ein bisschen mit aufpassen. Ja, das ist aber logistisch einfach ein Clusterfuck, weil ich immer wieder die Akten aufmachen muss, Herr Sablowski. Soll ich jetzt drei Dinger öffnen hier? Ja, jetzt machen Sie mal den 3-2- Geht aber nicht. Das lässt hier das wundervolle System nicht zu. Herr Lutke, jetzt machen Sie den 3-2-3-2, stellen Sie an, aber nicht doof. 3-2-3-6-9 bitte. 3-2-3-6-9, Herr Sablowski wieder. Mann, 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 Herr Lutke. Mann, 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 Mann. So, hier haben wir wieder die gleiche Gerade. Wieder ein ähnlicher Fall, Überschuss, Windschatten ist angesagt und Sie dürfen das Video ja noch abschießen, Herr Lutke. Danke. Fällt Ihnen was auf, Herr Lutke? Ich möchte Dinge sagen, die ich nicht sagen darf. Gut. Vor allen Dingen ist das auch schon wieder so ein komisches Format, das hier nicht anonymisiert wird und das regt mich schon wieder am meisten auf. Ei, 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 ei. Ah, das... Ne, ist es nicht, ist breitgezogen. Mann, 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 Mann. Jetzt muss ich wieder gucken, wo das ist hier. Damit ich den noch... Sie haben es... Sie haben es heute nicht einfach. Ne, habe ich nicht. Weil Sie so einen logistischen Kram, den man fünf Wochen und Monate im System hat und dann fangen Sie auf einmal an, alles neu zu machen. So. Alles neu macht er mal, Herr Lutke. So, den Fall haben wir. Dann machen wir jetzt den nächsten Hof. Wollen wir vielleicht... Hey, Herr Sabläufe, ich habe eine Idee. Wollen wir einfach alle Fälle durchlaufen lassen und dann... Und dann machen wir per Telefonvoting und dann... Ja, genau. Dann machen wir einfach irgendwann, wenn wir uns 30 Fälle angeguckt haben, können wir uns ja einfach random irgendeinen aussuchen. Genau. Gut. Herr Lutke, das hat doch... Das hat doch einen Sinn, Herr Lutke. Das hat doch... Was ist der Nächste? Das hat doch... 3, 2, 5, 0, 3. Lutke, da müssen Sie jetzt mal ein bisschen nach oben, äh, krauchen. Hm. Hm. Ja, noch ein Stück. Die 5 kommt da ein bisschen höher. Ja, warten Sie mal kurz. Das ist hier... Ich muss das mit den Namen, mit den Zahlen noch auseinanderhalten. So. Es ist geöffnet. Jawohl, Herr Lutke. Schießen Sie auch hier nochmal ab. Da hat der Audi auf jeden Fall jede Menge Glück gehabt. So, Herr Lutke, was das Ganze jetzt soll. Wir haben jetzt hier dreimal, man könnte fast im ersten Moment sagen, eine gleiche Situation. Ja. Jawohl. So, Herr Lutke, Sie haben ja jetzt gerade gesagt, Sie würden Worte sagen, Dinge sagen, die Sie nicht sagen dürfen. Lassen Sie doch mal Ihren Gedanken freien Lauf. Lassen Sie doch mal... Nee, ich kann diese Fälle auf Polrika auf der Kranen leider nicht bearbeiten. Tut mir leid. Ich werde dort Dinge sagen, die nicht hier hingehören in den Gerichtssaal. Ich kann mir jetzt leider, Gottes, selbst wenn ich mir das ansehe, wird mir schon schlecht. Gut. Mir wird wirklich leider ein bisschen schlecht. So, aber jetzt ist die Frage, warum haben wir uns jetzt drei... Also, was ist der Gedanke dahinter, dass wir uns dreimal wie gerade angucken? Sie haben sich ja dabei was gedacht, Herr Zapplaus. Richtig, genau. Und zwar, um da einfach mal die Linie zwischen Blocking und Nicht-Blocking so ein bisschen ziehen zu können. Der erste Fall... Ich öffne das nochmal. Jawohl. Jetzt gehen wir nämlich so ein bisschen... Jetzt gehen wir nämlich ins Einzeldetail. Wie würden Sie, Herr Juttke, den ersten Fall hier entscheiden? Auch, und deswegen haben wir bewusst jetzt nochmal die beiden Fälle danach angeguckt. Wie werden Sie... Sie merken, ich habe mir da auch was bei ihr gedacht, bei meinem Skript. Ja. Wie würden Sie den Fall jetzt bewerten? Jetzt ruhig nochmal alles anschauen lassen. Die Frage ist ja, wer hat jetzt hier wen reportet? Der Honda hat den Kollegen Audi reportet. Ja, der Audi ist schuld. Sie machen es aber ein... Ja, ist richtig, Herr Juttke. Kriegen Sie jetzt eh einen Punkt in der Klassenarbeit? Dankeschön. Das wollte ich hören. Aber warum? Der Audi ist schuld. Warten Sie doch mal ab! Herr Sablowski! Muss man Ihnen heute alles aus der Nase popeln lassen? Nur warten Sie doch! Ich wollte Ihre Zustimmung haben, um dann das zu erklären. Warum sind Sie denn heute so, Herr Sablowski? Verstehen Sie mich doch auch mal. Sie kommen hier rein, ändern alles. Ich muss hier Balken rumschieben. Kann mich gar nicht darauf konzentrieren. Hab 50 Sachen auf. Ruhig, Herr Sablowski. Lassen Sie uns in Ruhe reinfinden. Sie sagen ja. Der Audi hat jetzt hier... Nee, der Honda hat den Audi. Korrekt? Ja. Dann ist der Audi schuld, aufgrund der Tatsache, dass der Honda nur ein einziges Mal die Spur gewechselt hat. Und ein Spurwechsel zum Verteidigen ist in Ordnung. Genau. Und er zieht in einer gleichmäßigen Bewegung rüber. Und viel, viel früher, bevor überhaupt der Audi da irgendwie dran ist. Also, es ist auf jeden Fall deutlich erkennbar. Ich kann uns das gerne nochmal näher anschauen. Der fährt ja quasi schon schräg rüber. Genau. Das ist eine fließende Bewegung. Aber ich würde beim Audi sogar fast, äh... Rüttar schon? Hm? Ja? Wollen wir mal die Gaseingaben gucken? Rüttar. Rüttar. Also, Absicht würde ich jetzt nicht unterstellen, aber... Ach, das ist keine Absicht? Oh, Herr Sablowski. Nee, 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 Herr Jutke. Oh, Herr Sablowski. Oh, Herr Sablowski. Da ist keinerlei... Also, das ist ja nur eine Stelle, wo man ja noch hätte zehnmal reagieren können. Der hat voll durchgezogen. Also, gucken Sie mal genau hin. Der hat voll durchgezogen. Absolut, aber... Finde ich hier schwierig, Absicht zu unterstellen. Also... Hat voll durchgezogen. Ja, korrekt, aber er war ja noch kurz vorm Bremspunkt und ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass er den Honda da, dass er da so viel Überschuss hat und den Honda berührt. Was er hätte machen müssen, ist lupfen. Absolut. Gut, aber Absicht... Oh... Füh... Wiss ich nicht. Also... Puh. Also, der Audi hätte wirklich alles machen können. Alles. Er hätte lupfen können, bremsen, noch weiter nach links fahren, nach rechts fahren. Er hätte alles machen können. Er hat nichts gemacht und ist geradeaus durchgefahren. Ohne vom Gas zu gehen. Also, es gab schon mal andere Fälle. Da war das Absicht. Also, man sieht halt wirklich, Herr Sablowski, und ich will gar nicht mit Ihnen großartig streiten, ja? Nee, nee, nee. Alle gut. Also, man sieht hier keine Intention, das zu verhindern. Nichts. Tja, wenn wir da bei Absicht sind. Und wenn Sie mir, also wenn Sie sich das angucken, Herr Sablowski, ich weiß nicht, was Sie fühlen, aber bei mir kocht's da ein bisschen. Weil es ist halt wirklich straight durchfahren und schieben. Ja, und da haben wir die Situation, dass der Hintere schiebt und bei den anderen beiden Reports ist so die Situation, dass der Vordere, naja... Na, das ist ja jetzt erstmal der Nächste. Das geht ja jetzt erstmal hier um den. Also, Herr Hütke, dadurch, dass Sie da Absicht erkennen, ähm, das natürlich, äh, das würde ich gerne nochmal ein bisschen gegenprüfen lassen. Bei Absicht, da sind wir ja dann bei einem, äh... 28 Tage Pause. Ganz genau, ganz genau. Kennen Sie irgendwoher, wa? Ja, ich kenne den Sachverhalt hier sehr, sehr gut, Herr Sablowski. Und genau deswegen beurteile ich das genau so hart. Weil, also nochmal, Herr Sablowski, Sie können jetzt hier gucken. Ich mache Ihnen das auch extra nochmal in langsam. Jetzt können Sie das sehen. Der steht volle, volle Bumse auf dem Gas. Ich sehe. Herr Wahnsinn. Herr Bück. Er berührt ihn ja vor dem Bremspunkt und dadurch wird er langsamer. Er schiebt jetzt schon, also er schiebt jetzt schon, jetzt. Und das ist nicht mal der Bremspunkt, Herr Sablowski, das ist noch locker fünf Meter hin. Er fängt jetzt schon an zu schieben, geht nicht vom Gas, schiebt ihm volles Trikett weg und korrigiert jetzt nur gegen, weil der Honda weg ist und ihm der Gegendruck fehlt, um das Auto wieder einzufangen. Wie gesagt, also Absicht... Das ist immer, das ist das aller, aller, also klar, in manchen Fällen, das sieht ein Blinder mit Krückstock und Holzbehen, dass das Absicht ist, bei solchen, ja, nicht komplett eindeutigen Fällen, da müssen wir noch wirklich nochmal ein bisschen tiefer prüfen. Verstehen Sie, Herr Sablowski, wir können nichts prüfen. Ich verstehe, ich verstehe das. Wir können an dieser Stelle nichts prüfen, also geht wirklich nicht. Wir haben keine Möglichkeit, in den Kopf des Fahrers reinzugucken, sondern wir können nur sehen, was seine Eingaben sind. Und seine Eingabe ist, ich drücke durch. Als die Berührung kommt, geht er ja vom Gas, also er geht ja nicht... Nein, 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 Herr Sablowski, er geht nur vom Gas, als der Honda weg ist, weil er das Auto verloren hat. Ich lasse das nochmal langsam für Sie laufen, Herr Sablowski. Naja, wie gesagt, ich sehe das schon, alles korrekt. Jetzt findet schon die Berührung statt. Jetzt. Und er ist immer noch auf dem Gas. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Jetzt geht er runter, weil der Honda ihn rüberzieht und er muss das einfangen. So. Bis der Honda weg ist, steht er volles Pfund auf dem Pinsel. Und deshalb läuft sie auf einer Geraden, können sie mir nicht erzählen, dass man darauf nicht reagieren kann. Kann man. Also beim besten Willen nicht. Man kann lupfen, man kann bremsen, alles ist möglich. Ja. Man hätte nach links fahren können, da ist noch ein halber Kilometer Platz. Man hätte nach rechts fahren können, da ist auch Platz. Aber er hat sich dazu entschieden, einfach geradeaus durchzufahren. Wie gesagt, Absicht ist einfach... Wie gesagt, es gibt eindeutige Fälle, wo man jetzt definitiv... Und der Fall, und da können wir uns gerne streiten, und da ist es bei 400 Leuten, 200 sagen so, 200 sagen so. Hier ist es ein Grenzfall, meiner Meinung nach. Und deswegen würde ich den auf jeden Fall zurückstellen. Definitiv ist das ein Grenzfall, weil wir es nicht entscheiden können. Also man kann es nicht sehen. Und es gab auch in der Vergangenheit Fälle, da konnte man das auch nicht sehen. Ja. Ganz genau. Was wäre denn für Sie jetzt eine Strafe gewesen, die Sie dafür vergeben hätten? Wenn wir nicht Absicht unterstellen... Nee, nee, mit was Sie heute in die Verhandlungen gekommen sind. Ja, und damit minus 160, minus 0,4 für den Audi. Also das definitiv. Also bestraft auf jeden Fall. Und da müssen wir jetzt, wie gesagt, da geht es dann wirklich absichtlich oder nicht. Weil das würde das Strafmaß ja deutlich erhöhen. Übrigens, weil ich noch mal aufgreifen möchte, es gibt hier keine Spekulationen. Gibt es nicht. Man kann die... Also ich sag mal so, ich hab ja nur meinen eigenen 28-Tage-Pause-Tag hab ich ja auch schon gehabt. Wenn du dir das anguckst, bei mir ist das genau ähnlich von der Eingabe her. Ich hab dafür 28 Tage gekriegt. Meine Eingaben waren genauso. Und genau deswegen bin ich da auch so hart. Ja, verstehe ich, Herr Juttke. Verstehe ich. Weil meine Eingaben waren genauso. Ich hab ihn berührt, bin irgendwann kurz runtergegangen und dann bin ich weitergefahren. Bei Ihnen konnten wir aber in den Kopf gucken und wussten da... Ja, richtig. Und das ist Beschiss. Und das wissen Sie auch. Und das können wir hier nicht machen. Also sollten wir ja... Und das hab ich ja damals auch schon... Als wir darüber gesprochen haben... Sollten wir... Und das funktioniert nicht, dass man das mit reinholt. Was man jetzt hier aber sieht... Und das ist auch mein letzter Satz dazu. Er drückt drauf, bis er weg ist. Und danach fährt er... Weiter so. Punkt. Also ich würde es auch gerne nochmal prüfen lassen. Einfach nur, dass da nochmal eine zweite Meinung drin ist. Absolut. Absolut, ja. Absolut. Weil das wäre wichtig. Weil ich empfinde... 200 finde ich viel zu wenig. Ja. Wie gesagt... Ist ja immer auch... Wir geben das ja auch mit einer Empfehlung weiter. Mhm. Okay. Okay. Ja. So. Dann... Ich schreibe noch schnell eine Notiz. Jawohl. Gott. der Jutke meistert hier noch auf der Schiefertafel. Mit einem stumpfen Hammer. Deswegen dauert es so lang. Junge, Junge, Junge. Das wird ein Roman. Mit Vorwort, Nachwort. Und ein Kommentar. Junge, Junge, Junge. So. Okay. Ich habe eine Notiz gemacht. Ich finde, Herr Sablossi, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Und auch die anderen da draußen. So, Jutke, dann gucken wir uns die beiden Fälle im Nachgang da nochmal an. Wollen Sie mich verarschen? Haben Sie das jetzt einfach übergangen, was ich sagen wollte, dass das wichtig ist, dass wir das so machen? Gut. Stehe ich. Habe ich offen? Ich glaube, die sind eindeutiger. Oh, ich bin gemutet. Ich habe gerade geredet. Und Sie haben drüber geredet, aber ist egal. Ich dachte mir auch, warum redet denn die nicht mehr mit mir? Nee, alles gut. Ich hatte eine bestimmte Taste gedrückt. Gut, kann ja mal passieren. So, gucken wir mal. Selbstverständlich, Herr Jutke. Also hier reden wir, denke ich, einwandfrei und zweifelsfrei von Blocking. Super, super gefährlich, da kurz vorher nochmal so rüber zu ziehen. Ja, der Stoff, aus dem Massencrash sind, würde ich fast behaupten. Gerade in Runde 1. Gut, wir sind hier nicht in Runde 1, aber sehen wir so, so häufig auf der Geraden von VWK und da müsste man eigentlich auch nochmal überlegen, das Strafmaß zu erhöhen, denn Blocking wird im Moment bestraft mit minus 80, minus 0,2. Ihr ernst? Ja. Oh, das ist zu wenig. Ja, genau, aber das ist ja auch, manchmal merkt man ja auch, okay, Strafen müssen vielleicht dann noch höher sein. Wir lernen ja auch nie aus und wir haben ja immer schon von Season zu Season immer kleine Anpassungen vorgenommen. Aber im Moment und so ist es dann eben im Gesetz minus 80, minus 0,2. Also vielleicht für die Menschen da draußen macht das nicht, wenn euch jemand überholt, überholt er euch. Ihr könnt einmal die Linie wechseln und danach das Feierabend. Vor allen Dingen bringt es euch halt auch nichts, weil du kannst ihn in der nächsten Runde, wenn du dranbleibst, ja auch wieder überholen mit Windschatten, wenn du das nicht verkehrt machst. Ganz genau. Aber das ist ja wirklich, das macht mich ja wütend, dass Menschen auf der Geraden, also dass sie nicht in der Lage sind, eine Gerade zu fahren. Ja, das ist auch einfach mega gefährlich. Wie gesagt, eine gleichmäßige Bewegung, Linie so ein bisschen zumachen, okay, aber nicht, wenn der andere hinter einem rauszieht, dann direkt vor der Nase fahren. Also, das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. 80. Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Wie gesagt, das merkt man, also, das merkt man ja, ich sag mal, Blocking, ähm, wir reden ja hier bei Powery Cars, wissen wir ja, okay, Hochgeschwindigkeit, wenn wir jetzt andere Streckenteile, wo man da blockt, dann ist es nicht ganz so gefährlich, wie auf der Geraden. Ähm, vielleicht deswegen die, ich sag mal, milde Strafe, ähm, die, die Gefahr ist einfach auf dieser Geraden so hoch beim Blocking, ähm, ja, dass man da eventuell, also wirklich überlegen muss, die Gefahr vielleicht, äh, ein bisschen zu erhöhen. Ja, 3, 2, 5, 0, 3, Herr Juttke, der letzte aus dem, äh, Bereich Blocking. Der ist gar nicht mehr da. Hat den jemand ab, haben Sie den abgearbeitet? Was? Nee, der ist nicht mehr drinne hier. Na, hier gibt's doch irgendwie einen Russenfilm. Äh, was ist da los? Ah, hier ist er, okay. Ich hatte, ja, ja, alles gut, ich hatte auch. Ja, das ist der falsche. Ich hatte den, den falschen, Moment. Ah, ja, okay, ja, ja. Oder, ist das jetzt korrekt? Ja, 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 ich hab einen Fehler gemacht, geben Sie mir eine Sekunde. Der erste, Herr Juttke, den ich je Mitte kriege ich da von Ihnen. Ich verzeihe Ihnen. Nee, das ist okay. Warten Sie, der kommt hier unten bei dem rein, richtig? Äh, bei der neuen, bei der neuen. Ja, der ist, der Streitbart. Nee, nee, der ist das hier, ja. Doch, doch, das ist der mit dem Honda. Ah, genau, ja, 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 deswegen sage ich, für mich ist das doof, weil ich kann hier nicht mehrere Fenster aufmachen, wissen Sie? Verstehe ich, verstehe ich, Herr Juttke, aber ich wollte einfach diesen Block mal aufmachen. Ja, Sie passen doch auf, Herr Sablowski, das ist doch das Wichtigste. So. Na, warten denn. Na, warten denn. Kriegen wir alles hin. Ist halt immer nur ein bisschen, wissen Sie, wenn Sie am Anfang gleich damit um die Ecke kommen, dann, äh, kriege ich mal, dann kriege ich mal halb die Motten hier so. Na, hätte man ja auch vorher mal besprechen können, verstehen Sie mich mal. Sie sind, will er, flexibel wie eine Schrankwand, Nee, ich bin flexibel, bin ich da nicht, weil es halt hier, für Sie ist das, wisst du, also, gucken wir mal an hier. So, Wann an Seiche und mit dir wehnt. Auch hier, also doppelt, links, rechts, er zieht dann wieder nach rechts rüber, macht dann wieder hier die Linie zu. Aber in der Theorie, das, was wir sehen, hat ja einen Linienwechsel. Na, warte, Herr Juttke, machen Sie mal die Kulpsen auf. Da warten Sie. Ich, ich warte. Einmal. Ja, das sind mal die, die Drufsicht, jetzt machen wir, jetzt sind wir mal Vögelchen. Hier sieht es irgendwie so aus, er zieht einmal kurz nach links, dann wieder nach rechts und dann wieder nach links. Na, Herr Juttke? Theoretisch ist es einmal. Also ich verstehe, worauf Sie hinaus möchten. Ja, ja. Also ich verstehe, Sie wollen jetzt hier drauf hinaus? Da zuckt er und dann nochmal rüber. Aber jetzt achten Sie mal auf die Lenkung. Also es ist zum Beispiel derfalls auch nicht so eindeutig wie bei den, den wir gerade hatten, ne, wegen Blocking. Also, und auch deswegen habe ich die Fälle mit, dass auch mal gesehen wird, dass nicht einfach so, äh, zack, okay, easy, das ist der Fall, das ist der Fall, das ist die Strafe. Ist nicht immer einfach. Mit Leben in der Reko ist meist schwer, habe ich mir sagen lassen. Wenn wir auf die Lenkung gehen, also das müssen wir, das müssen wir via Lenkung entscheiden. Hat er nochmal kurz, hat er nochmal kurz einen Gegenlenker. Warum das so krass aussieht, ist, weil der Audi sich hinten drunter bewegt, weil der zieht nach rechts und dann nach links. So. Weil wenn Sie nur auf den Mercedes achten. Ich gucke gerade auf die Lenkereingaben. Da, links, rechts, ja. Ja, wenn Sie das optisch von oben betrachten, dann nicht. So, jetzt ist aber die Frage, ist das für uns jetzt ein mehrfacher Spurenwechsel? Ja. Ist das Blocking? Zieht er zu kurz davor rüber? Also auf jeden Fall auch. Weil für mich ist es kein mehrfacher Spurwechsel. Weil er, also ja, er macht zu, definitiv. Also, ne, einmal rechts, einmal links. Aber ist es jetzt Blocken? Weil den Spuren, Spurwechsel hat er einmal und da bleibt er. Also er bleibt dann ja links. Ja, wie gesagt, kann man, kann man absolut so entscheiden. So, das Ding ist halt, wenn er jetzt nach rechts ziehen würde, währenddessen der Audi darüber zieht, dann wäre es ja theoretisch schon wieder ein Spurwechsel mehr. Richtig. So, also müssen wir, glaube ich, im Gesetzesbuch nochmal definieren, was ein Spurwechsel ist. Für später. Also, dass das nicht schön ist, da sind wir uns einig. Also, ich mag das auch nicht. So, jetzt ist aber die Frage, wie definieren wir Blocken, dass wir ihn blocken rein? Weil wir haben sonst, im Katalog, haben wir nichts, was wir ihm reindrücken können. Außer Unsportsman, nee, warte mal, Unsportsman? Ja, Reckless Driving vielleicht, beziehungsweise, ja, aber, wie gesagt, also, ihre, ihre Argumentation kann ich absolut nachvollziehen. Und es ist, ich sag mal, nicht so knapp, wie das, was wir davor gesehen haben. Ähm, und dementsprechend, ja, können wir hier No Further Action machen. Weil, auf was plädieren Sie damit? Was sind Sie denn hergekommen? Wie gesagt, man könnte, das ist wieder so ein, und deswegen habe ich die Fälle ja mitgebracht, man könnte, äh, muss aber nicht. Also, man könnte auch hier sagen, Blocking, wenn man jetzt den kleinen Gegenpendler und so weiter da noch mit rein, äh, zieht, aber andererseits, wie gesagt, der Audi hätte auch genug Platz, nochmal rechts rüber gehen zu können. Ähm, dementsprechend bin ich da auch bei Ihnen. Und das ist ja auch wieder das, wo man dann einfach auch sieht, der eine sieht es im ersten Moment so, würde direkt Blocking sagen, der nächste, wenn man sich das dann drei, vier Mal, fünf Mal anguckt, dann, äh, sieht man, okay, nee, ist nicht unbedingt Blocking. Also, äh, ja, dementsprechend kann man, denke hier, beides so halbvertretend, aber auch genauso, no further action. Wie gesagt, wenn man jetzt, Jans Pastor, hier wirkt Zeit, aus der Perspektive wirkt Zeit wieder so, dass er erst nach links sieht, dann wieder nach rechts und dann wieder nach links, ne? Und so können dann Perspektiven täuschen und ich sag mal, äh, macht er ja auch. Ja. Ja, also er, er macht ja, er fährt ja so. Also das kann man ja jetzt nicht, äh, nicht, ähm, verheimlichen so, aber was ist jetzt ein Spurwechsel? Weil ein Spurwechsel ist für mich von der rechten Seite in die linke oder in die Mitte. Und das macht er ja nicht. Weil der eine kontinuierliche Bewegung nach links, weil er zieht ja jetzt schon, er ist ja geradeaus, links, rechts, und dann fährt er rüber. So, ist das jetzt Blocken? Ist das ein Spurwechsel? Ist das kein Spurwechsel? Weil unter Blocken können wir das nicht verbuchen, das geht nicht. So, Reckless Driving, mhm, finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Ich weiß auch nicht, was die Menschen auf Paul Ricarda machen. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Ich habe das noch nie gehabt, also, entweder bin ich durch, oder ich bin nicht durch. Und der Audi zum Beispiel, wäre schlau gewesen, wäre er einfach dann rechts rüber gefahren. Also, nicht ganz so weit raus, sondern einfach wieder rechts rüber. Weil dann hätte er ihn Blocken reindrücken können. So, wäre er jetzt rüber gezogen wieder, dann, genau. Also, was man, was man machen könnte, wäre vielleicht eine Warning aussprechen, und dann, äh, den Text des Blockings. Das würde ich machen. Und dann sagt, okay, Freundchen, pass auf, äh, wir haben nicht im Auge, wie ein Sandkorn. Wenn du das nächste Mal nochmal machst, dann gibt's Kannecke Fangschlag. Also, ich denke, in die Richtung könnte man da gehen. Ich würde auch in die Richtung gehen, äh, eine Warnung auszusprechen, weil der Katalog gibt nichts her. Leider. Wie gesagt, und dieser, dieser kleine Pendler, wenn man den jetzt bewertet, schon als ersten Spurwechsel, dann hätten wir den zweiten, aber, wie gesagt, da muss man dann auch, ähm, glaube, irgendwann auch einen Strich ziehen. Zumal, in dem Fall, ja, auch dann auch nichts passiert ist dann, Gott sei Dank. Ja, weil der Audi wirklich sehr gut, äh, reagiert hat. Ja. Und er auch Glück hatte, als er da über den Körb mit Telemark, dann noch gelandet ist. Ja. So. So, äh, den Block, Blocking, hä hä, haben wir jetzt abgearbeitet. Mhm. Äh, wie gesagt, die Fälle einfach mal mitgebracht, um, um zu zeigen, ähm, dass es immer wieder verschiedene Nuancen gibt, auf die man achten muss, dass es nicht so einfach ist, da einfach straight, äh, direkt zu entscheiden und dass so ein Report dann, äh, klar, auch immer ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und, äh, ich möchte jetzt auch hier nochmal wiederholen, wir sind jetzt bei, drei und, na, 32.566 Reports und die sind also numerisch. Report 1, hat bei Report 1 angefangen, dementsprechend 32.566 Reports, die irgendwie bearbeitet werden, ähm, und dass es da so viele Fälle gibt, wo die Feinheiten einfach unterschiedlich sind. Das ist sehr, sehr interessant und das, finde ich, muss halt immer wieder da auch beachtet werden und, äh, sich einfach auch, glaube ich, im Hinterkopf behalten werden. Haben Sie, Herr Zablovski, sich auch geschrieben, dass, äh, Spurwechsel definiert wird? Habe ich mir auch viel meistert. Weil ich würde, ich würde gleich sagen, äh, Spurwechsel ist, wenn das Fahrzeug um eine Fahrzeugbreite in eine Richtung fährt. Ah. Ich meister das nochmal Ihre Definition nochmal auf. Ähm, Ich möchte kurz noch was aus dem, äh, Saal vorlesen. Kann ich bei Beginn der Gerade sofort nach links, weil Ideallinie dann nach rechts wegen verteidigen und am Ende der Gerade wieder nach links, falls er, äh, falls er nicht neben mir ist? Na, theoretisch sind das zwei Spurwechsel. Also, wenn wir nach links fahren und dann rechts fahren und dann wieder links fahren, haben wir ja zwei Spurwechsel. Also, wenn der nicht rankommt hinter, also hinter einem, dann, dann wird das ja nachher schon wieder auf Weaving, äh, auf Weaving plädiert wahrscheinlich, wo du ja den Windschatten brechen willst. Also, ich kann ganz ehrlich sagen, ein Spurwechsel reicht völlig aus, weil wenn der vorbeikommt, kommt der eh vorbei. Also, da braucht man diese Faxen, braucht man nicht machen. Braucht man nicht. Weil der ist so schnell, dass der eh vorbeigeht. Das heißt, wenn du aus der Kurve kommst, rechts bleibst und du merkst, es kommt einer geflogen, kannst du langsam nach links, nach links fahren und die Kunst der ganzen Sache ist ja wirklich so langsam zu fahren, also wirklich so wenig Lenkwinkel zu haben, dass du eine Theorie für den Rest, sag ich mal, für eine halbe Gerade, die gerade blockierst. Das ist die Kunst an der ganzen Sache, weil das ist ja dann nur ein Spurwechsel und der muss darauf reagieren. Also, wenn ich ab der Mitte der Geraden, also Mitte in der Länge jetzt gesehen, ganz langsam lenke und es dauert wirklich ewig, bis der Spurwechsel vollzogen ist, dann ist das ein Spurwechsel und blockierst wirklich die halbe Distanz, die Strecke. Ja. Zumal du dann die Möglichkeit hast, also er könnte rechts reingehen, was aber nicht so clever ist, weil wenig Platz da ist und er kann nach links gehen und dann hast du einen Vorteil, weil du wieder innen bist. also wirklich ganz langsam nur rüber lenken und quasi den Lenkvorgang im Schleichen machen und dann ist doch alles gegessen. Also man muss nicht immer zehn Mal hin und her fahren, weil wenn der vorbeikommt, kommt der vorbei. Dann Herr Sablowski. Was haben wir denn als nächstes? Jawohl. Jetzt kommen wir zum, ja, zum kleinen Block Lackschaden. Oh. Da gucken wir jetzt auch, kriege ich das hin, Herr Juttke, schafft es Ihre Platine oder brennt die denn durch, wenn wir uns jetzt wie Fälle hintereinander nochmal ankicken? Ist denn der Prozessor überlastet oder? Nee. Herr Sablowski, es geht einfach nur darum, dass das halt logistisch doof ist, aber ich mache das für Sie, mache ich das jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das darf oder ob das geht. Kicken Sie mal. Ja, geht. Also ein Pfeil bitte dann. Welcher ist das, Herr? Die 32379. 32379, ja. Und die 32525. 32525. 525. Oh, ich habe letzte Woche gar nicht meine Dings gemacht, meine Reports. Ich hatte da noch zwei. Welchen wollen Sie denn zuerst sehen? Den ersten? Das bleibt Ihnen überlassen, Herr Juttke. Die dürfen das... Na ja, dann gucken wir den ersten, wa? Jawohl, Herr Juttke. Schießen Sie ab, den Jummi. Na los, rin. Ist aber leise. So, hier haben wir ein kleines Techtel-Mächtel. In der Dunlop, Kehre, Goodyear-Knick, Bridge-Storm-Bogen oder wie auch immer. Das war's? Ja, das war's, Herr Juttke. Jetzt können wir in den anderen mal ankicken. Und ich sage Ihnen gleich, warum ich den mitgebracht habe, Herr Juttke. Okay, ja. Jawohl. Beim anderen wird wahrscheinlich komplett reingeidelt. Also hoffe ich zumindest. Ja. Das ist doch Runde 1, oder nicht? Das ist doch der Start. Ganz genau. Ganz genau. Ja, ja. So, Thema Lakshan. Wann ist es ein Lakshan und wann ist es schon ein bisschen mehr? Also ich denke, den Unterschied denke ich, den kann man hier... Wer hat denn, warte, 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 wer hat denn, wen reportet? Der Kollege im BMW, den Ferrari. Warte, ich prüfe den nochmal. Jetzt so. Aha. Kann ich nicht prüfen? Ja, doch, doch, kann ich prüfen. Okay. Ja. Das korrekt, der BMW, den Ferrari. So, aber Herr Sabloffsi, jetzt frage ich, warum mache ich mir die Mühe, das zu reporten? Ja, das frage ich Sie. Er hat keine Plätze verloren? Also ich meine, man hätte den hier, wenn man hätte den da reporten können. Das wäre sinnvoll gewesen, weil der kürzt ja volles Brikett ab. Gucken Sie sich das mal an, zack, rübergezogen. Das hätte ich reporten, aber das, warum soll ich das reporten? Also man kann hier schon, äh, äh, die Grenze ziehen zwischen Lakshan und, äh, doch schon ein bisschen doller reingeballert. Würden Sie hier auch, äh, no further action vergeben, oder würden Sie sagen, okay, das war jetzt ein Tick zu doll? Ja, mit der Notiz können Sie bitte nicht die, äh, die Beamten Zeit mit sowas in Anspruch nehmen. Also Herr Sabloffsi, ich bitte Sie jetzt, wirklich. Ich hätte es ja verstanden, wenn er komplett weggeballert gewesen wäre, ne? So, aber wenn Sie jetzt mal gucken, ist jetzt bei 85, der geht da rin und der ist in eine Seite rein. Also, jetzt mal aus eigener Erfahrung, der wird wahrscheinlich so eine Sekunde oder zwei wird der Schaden haben, wurde ein bisschen versetzt, aber er ist doch, hat keine Position verloren. Warum wird denn der Ferrari da vorne nicht reporten? Der da halt volle Esser abkürzt, das ist doch viel wichtiger. Gucken Sie mal, was der sich für einen Vorteil da ergattert hat, da passen ja fünf Autos dazwischen. Aber hier, also, ja, ich verstehe den Ansatz, ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist nichts wirklich passiert, wo man sagt, ja, okay, da müssen wir jetzt wirklich reinhalten. Ganz genau. Man, ich denke, hier sind wir genau auch wieder, deswegen habe ich den Fall mitgebracht, an der Schwelle. Man kann hier sagen, no further action, man könnte aber auch, wenn man einen schlechten Tag hat, Frau und Kind den nerven, die Lieblingssorte Bier im Supermarkt nicht mehr gehabt und so weiter und so fort, dann könnte man auch hier sagen, okay, das war dann doch ein bisschen zu viel. Es kommt hier darauf an, wie groß ist der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den beiden in der, auf dem Nürburgring gerade die Szene der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den beiden war einfach nicht so groß, wie hier, wo er angegittet kommt. Aber, ich sage es hier nochmal, ich glaube, hier kann man no further action, hier kann man aber auch eine Strafe vergeben und man würde jeweils richtig entscheiden. so. Also der ist bei 109. Bei Kontakt, bei... Ja. Sagen wir mal 105. Also eine Warning ist es auf jeden Fall. Also das können wir, da kommen wir nicht drum herum. So, der BMW ist bei 85. Ja. Also sind 25 Grammar Unterschied circa. Ja. Ja. Ja, und was für den einen Torpedo ist und der bestraben würde, ist für den anderen, ja okay, gerade noch so am Rande no further action. Und deswegen habe ich diese beiden Fälle mal mitgebracht. Der eine, Nürburgring, sind wir uns komplett einig, no further action. Und wie gesagt, hier, kann man sowohl als auch entscheiden und man würde beides mal richtig entscheiden. Meiner Meinung nach. Der Ferrari hat eh alles verloren. Also das kommt ja auch noch dazu. Der ist ja komplett weg gewesen. Also ich würde, ich würde an der Stelle wirklich, ähm, würde ich mich für eine Warning entscheiden. Wobei, wissen Sie, Herr Sablowski, was für mich, weil ich mir das jetzt gerade noch zweimal angeguckt habe, was für mich schon wieder so eine Sache ist, wo ich sage, mh... Lab 1, erst mal. Erstens, das ist Lab 1 und zum zweiten löst er die Bremse. Sehen Sie, Herr Jutke, da haben Sie ihn zu früh in Schutz genommen hier. Nee, ich nehme den nicht in Schutz. Also ich würde, ich würde, ich würde es einfach nicht reporten. Ja. Ich würde es nicht reporten. Nun, nun haben wir aber hier, nun nicht der Fall auf den Tisch hat uns die Katze vor die Tür gelegt. Ja, dann würde ich, also ich würde schon sagen, äh, also nicht wegen Runde 1, das ist mir jetzt erstmal, das spielt keine Rolle für mich, ähm, jetzt momentan. Äh, aber da es ohne Runde 1 ist, hat es ja mehr Gewichtung, logischerweise, aber er löst die Bremse. Richtig. Ja, und dann wieder voll rauf, ja. Okay, ich möchte noch mal revidieren, wir geben ihm, äh, maximale Strafmaß, was wir ihm geben können. Das wäre dann wegen Runde 1, minus 200 und minus 0,5. Ja. Das wird ihm definitiv auch mehr eine Lehre sein, als, äh, würde man jetzt, ja. Wie gesagt, ich bin da argumentativ auch auf ihrer Seite, äh, dass man jetzt, wie gesagt, wenn man Newton-Tag hat, die Lieblingsbiersorte Frauen und Kind sind nicht zu Hause und so weiter und so fort, alles im Supermarkt, dann kann man auch no further action entscheiden. Letztendlich hat ja der Ferrari selbst sich einen größeren Schaden, aber um da einfach auch zu sensibilisieren, auch, äh, Hinblickrunde 1, kann man da eine Strafe vergeben. Wie gesagt, ich zeige immer gerne solche Fälle, um einfach da auch das Verständnis zu schärfen, ähm, dass es nicht immer so einfach ist und man da ganz klar und juristisch entscheiden könnte. Das ist, äh, so. Man muss sich das halt ein, zwei Mal angucken. Ja. Genau. Haben Sie heute noch so Blöcke, weil dann lasse ich gar nicht fünf Seiten offen. Nee. Das ist der letzte, ja? Das war mit dem Blockunterricht. Gut, dann weiß ich. Business as usual, gut. Das kriegen Sie wieder hin, Nee, ja, nee, ich frage nur, sonst müsste ich ja, mache ich das gleich nochmal auf hier. Hm. Mein Mann, mein Mann. Aber witzig, dass das reportet wurde. Dann so. Jörg, dann machen wir weiter hier im bunten Reigen. Ähm, ich finde ein sehr, sehr schöner Fall. 3-2-3-7-8, der hat jetzt auch wieder eine Fallüberschrift. Ähm, vom Opfer zum Täter. Auch das, lasst es einfach mal auf euch wirken. Das ganze Video einfach mal auf euch wirken lassen. Ähm, und ich denke, danach können wir, können wir drüber reden. Okay. Lasst es wie so eine Gotenmaske mal einwirken. Okay. 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 Ich sehe die Plaketten Herr Sablowski und, ähm... Haben sie scheiße gemacht. Ja, ist einfach für das Training vorhanden. Die Studierten. Das ist einfach noch gar... Also, es ist kein Verständnis vorhanden für das Auto, etc. Ja, aber, also, Fallüberschrift vom Opfer zum Täter. Wir haben ja gesehen, in der BMW hier wurde in Kurve 1 rausgedreht. Ich bin recht schön guten Morgen, meine lieben flanken Freunde. Danach, finde ich, für eine rote Plakette gut verhalten. Das können wir ja, können wir ja erstmal fest tackern an ein schwarzer Brett. Da hat er ja schon mal in Pluspunkten ein Bienchen im Heft. Korrekt. Ja, der muss dann die Hausaufjahmen nicht abgeben. Was machen Sie, Herr Jütke, Sie machen mich ganz fuchtig hier. Herr Sablowski, ich habe gerade tontechnisch ungefähr 400 Sachen gleichzeitig gehabt und muss das hier leiser machen, weil ich würde es laufen lassen und Sie reden. Das ist aber zu laut. Ich muss das gerade kurz anpassen. Sie sollen kein LSD vor der Verhandlung nehmen. Ich habe kein LSD, nee, nee, ich habe kein LSD noch. Na gut. Das war ein Apfel. Ah, gut, okay. Stimmt auch nicht. Streich Apfel. Fahren Sie vor. So, hier erstmal, wie gesagt, der Re-Driing auf der Strecke, alles gut gemacht und soweit alles sauber gegangen. Er hat, glaube ich, auch so einfach mal leicht gelupft und hier verdattelt er natürlich einfach seinen Bremspunkt. Wie gesagt, er tut mir in dem Sinne ein bisschen leid. Er wird in Kurve 1 rausgedreht, verhält sich dann erstmal soweit richtig, bis er dann selber zum Täter wird und einfach zu spät bremst. Und wir müssen ihn, ja klar, leider bestrafen. Wenn er uns natürlich reportet, dass aus der Kurve 1 dann wird natürlich sein Übeltäter da auch bestraft. aber, ja, so schnell wird man vom Opfer zum Täter, aber auch hier, klar, müssen wir einfach eine Strafe aussprechen, eben mal auf den Hinterkopf hauen und dann minus 160 und 0,4. Wobei, ich würde nicht mal sagen, dass er die Strecke nicht kennt, der McLaren war sehr langsam. Aber er ändert ja nichts an der Tatsache, dass man als Hintermann immer darauf achten muss. Also, das ist keine Entschuldigung. Genau, reported hat der McLaren den BMW, nur damit es hier nochmal klar wird. Der McLaren hat den BMW reported und, ja, hat er auch natürlich recht, genau, den muss man gucken. Du hast, glaube ich, jetzt das Falsche kopiert. Das ist richtig und es ist für sie immer noch sie. Schuldiense. Gut. Weil bei du sind wir nicht. E per du. Sie suzen sich. Nee. Nicht bei der Verhandlung, Herr Sablowski. Weil sonst brauchen wir uns ja auch nicht mit her ansprechen. Gut, Herr Jutke. Schuldiense. Dann ist ja alles Quatsch, was wir in 300 Episoden gemacht haben. Schuldiense. Das ist natürlich klar. Das ist Kompetenzübertretung. Nicht, dass wir uns hier, dass uns Klüngelei vorgewürfen wird. Eben. Vereinsmeierei. Richtig. Was haben wir denn als nächstes, Herr Sablowski? Herr Jutke, äh, 3, 2, 3, 9, 8. 3, 2, Ja, machen Sie. Ja. Sagen Sie, Fallüberschrift. Vom Berg geschubst. Oh. Oh. Yo, yo, yo. Nee. Das war jetzt aber was ganz anderes. Herr Jutke, das war auch ein Unfall, aber, äh, naja. Na, das ist Kulturgut. Darüber lässt sich streiten. So, hier haben wir einer der seltenen V-Ports aus der M2-Serie. Ja, und hier könnte man natürlich wieder so ein bisschen gucken, bremst der Vordermann zu früh, ähm, hat der Hinterherfahrende, hat der überhaupt die Möglichkeit zu bremsen, muss er damit rechnen? Könnte man jetzt auch viele, viele, äh, weil, meiner Meinung nach, bremst er hier ein bisschen früh, aber, auch hier kann man auch trotzdem eine Strafe vergeben. Wir bremsen relativ gleichzeitig. Wie sehen Sie das, Herr Jutke? Ja, Hintermann muss halt auf Vordermann aufpassen, ne? Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit denen davor, wo die bremsen, bremst der schon sehr früh. Ja. Aber, das ist kein regelkonformer Report. Stimmt, da fehlt die Draufsicht, ne? Ja. Und drinnen auch? Drinnen auch? Ja. Gut, auf ihr passt, Herr Jutke. Sind Sie nicht in der Falle getappt? Nee. Ich achte da sehr viel drauf, weil wenn wir das einmal durchwinken vor Gericht, dann, äh, ganz genau. Dann ist Lack offen. Äh, Polen, äh, nee, äh, Lack offen, ja, Lack offen. Ja, ja. Haben Sie gerade zufällig eine vorbereitete Zeile dafür, dass wir da nochmal einen Hinweis geben können? Äh, Herr Jutke, wahren Sie, schicke ich Ihnen. Ja, bitte, das wäre ja ganz lieb. Äh, Report, nicht nach, Guideleine. So, Herr Jutke, schick, schick die Rohrpost, los, ja? Ja, machen Sie mal. So, los, schick. Oh, siehst du da? Gut, schön, schön. Rohrpost angekommen. Kram. Äh, gut. Jetzt bin ich selber ein bisschen durcheinander. Ist das regelkonform? Wir haben, wir haben das auch letztes Mal schon diskutiert, unsere Guideline. Nein. Uns fehlt ja die Perspektive drinnen. Nee, nee, Cockpit ist optional. Ja. Von hinten? Ja. Nee, nee, genau. So. So, Herr Jutke, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das hier aber rechtssicher. Gucken Sie nach. Tag. Ja. ergänzend sollte der Vorfall aus Sicht des Verursachens mit der freien Kamera von oben gezeigt werden. Lehnen Sie das gerade aus dem Gesetzestext vor? Oder die Zurufe? Ja, wurde hier reingeschrieben. Ja, wie heißt denn der ganze Paragraph? Ich suche noch, Herr Juttke. Hm. Wenn nicht, machen wir weiter. Wartet hier. So, Reporting. So, da haben wir. Das Geschehen ist grundsätzlich immer aus beiden Fahrerperspektiven mit der beiden Verfolgerkamera zu zeigen. Zuerst aus Sicht des Fahrers, welche Verfolger gezeigt wird. Danach aus Sicht des ergänzend. Sollte der Vorfall aus Sicht des Verursachers mit der freien Kamera, das wurde geändert. Das wurde geändert. Ergänzend sollte der Vorfall aus Sicht des Verursachers mit der freien Kamera von oben gezeigt werden. Sollten Lenkradeingaben eine Rolle spielen und oder absichtlich, dann kommt das dazu. Ergänzend sollte, heißt immer noch, dass das mit dazugehört. Ja. Und wir haben jetzt hier keine Draufsicht, ja. Haben wir nicht. Aber, ja. Aber ich finde Tatsache auch, wenn ich das lese, nicht nur ergänzend weiterhin muss. Also ergänzend sollte, ist so, naja, sollte, muss aber nicht. Also da müssen wir vielleicht auch nochmal meines, äh, ja. Also für mich heißt, ergänzend sollte, der Vorfall, heißt für mich, nicht, das mache ich noch. Weil am Ende steht, sollten Lenkradeingaben eine Rolle spielen und oder absichtlich ist, dann bedeutet das, dass das, äh, eine Rolle spielt, um das hinzuzufügen. Ergänzend heißt für mich, ergänzend sollte, heißt für mich, dass das da sein muss. Sehen Sie, und da sind wir, glaube ich, schon wieder im juristischen, ähm, wir passen das an, Herr Jutke, damit das jetzt wirklich zweifelsfrei ist, damit, äh, da keine Fragen mehr aufkommen. Ich finde es übrigens sehr schön, dass wir das jede Woche, äh, irgendwas finden. Ja. Also nicht nur das, sondern dass wir jede Woche was finden. Das ist aber auch gut. Also das ist ja auch, äh, gelebte Weiterentwicklung und gelebte Transparenz auch in dem Sinne, ne? Tja, wie wollen Sie das jetzt in der Hand haben? Tja, den stellen wir einfach mal zurück, Herr Jutke. Die wollen Sie zurückstellen. Stellen Sie den einfach so, äh, zurück. Mhm. Was haben Sie denn als nächstes? Herr Jutke, was haben wir als nächstes? Äh, 3, 2, 4, 3, 6. Überschrift, tu's nicht. Bitte. Oh. Ja. Ne, also, ähm, ich bin da wirklich, für mich, klingt ergänzend, sollte, auch nicht rechtsverbindlich. War das das denn? Das ist der Fall? 3, 2, 4, 3, 6. Warten Sie, Herr Jutke, habe ich Ihnen hier Mist erzählt? Ja. 3, 2, 4, 3, 6, ja. Und das hier ist 3, 2, 4, 3, 6. Korrekt? Uch, warten Sie mal. Weil das ist nämlich nur das hier. Ja, ja, nee, 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 Herr Jutke, das kann nicht richtig sein. Habe ich denn da Welle aufgemistet? Ist das vielleicht die 3, 2, 3, 2, 3, 4, 6, gucken wir mal. Ich freue mich auch, dass der permanent weg ist. Also, haben Sie das gelesen hier, was Sie da sehen können? Nee, habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Nee, wenn nicht, müssen wir den leider, leider auch über, aber doch, doch, den finde ich nochmal raus, den finde ich nochmal raus, ich weiß ja, welche Strecke das ist. Nicht, dass der uns jetzt hier auch rausgeklaut wurde. Ah, ja, den 3, 2, 4, 3, 4, Herr Jutke, 3, 2, 4, 3, 4, Herr Jutke. 3, 2, 4, 3, 4, ja. Ja. So, passen Sie mal auf, Herr Sablowski. Ich passe auf. Den Schießhund. Das Stück Papier habe ich schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Jetzt gucken wir mal ganz schnell nach, aufgrund der Diskussion, die gerade entstanden ist, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, wie Sie mal sagen. Was ist das denn, ihr Jute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Buch, oder? Nee. Unter uns, Fibel? Nee, da sind Fotos drin von Ihnen, wie Sie einen Schniedelkopf da machen. Damit ich Erpressungsmittel habe, falls Sie mir mal auf den Sack gehen. Oder man könnte auch einfach sagen, es ist ja Duden. Ich bin doch in der aktuellen Ausgabe der Schlüsselloch und Rubrik heißes Gericht hier wird heißer gekocht als gegessen. Mhm. Ich habe gerade nicht zugehört. Ja, merke ich, Herr Jutke. Ja. Ich möchte gerade, ich will rausfinden, was grammatikalisch Sollte nun bedeutet. Was willst du du denn da kicken? Ah, nee, wir waren ja bei sie. Was will sie denn also heißt, naja, eher. Heißt für mich dann der Duden sie denn oder sie denn, naja, lassen wir das, sonst drehen wir uns hier im Kreis. Herr Jutke, was heißt Sollte? Ich versuche euch gerade rauszufinden, weil Sollte kann nämlich auch bedeuten. Das ist nämlich auch Zwang. Das ist der Höflichkeitszwang. Ergänzen Sollte. Na, jetzt werden wir hier wirklich feinjuristisch, Herr Jutke. Nee. Da sind wir nicht. Alles richtig. Aber also, ich glaube, wir nehmen mit, Sollte ist für die meisten nicht ganz klar und deswegen muss man eine Zweifelsfrei. Also, die Sache ist, ob jetzt Sollte für den einen verpflichtend ist und für den anderen nicht, spielt in dem Fall keine Rolle, denn es muss, von nun tief weg, Zweifelsfrei drinstehen und dementsprechend denke ich, werden wir das da anpassen. Weil ich sage Ihnen, Ergänzen Sollte bedeutet, dass das Pflicht ist. Ja, aber Peter sollte auch noch zur Party kommen, ist er aber nicht. Dass es nicht ergänzen sollte. Ergänzen sollte Grusel Ute auch den Abend noch verschönern. Hat es aber auch nicht. Ja, es gibt zwei Bedeutungen dafür. Gut, aber halten wir uns jetzt daran nicht so lange auf. Ganz genau, Herr Jutke. Ja. Ganz genau. Machen wir lieber knallen wir die Fälle jetzt hier noch raus und dann. Ja. So, wen popeln wir jetzt fundweise aus dem Frack, Herr Jutke? Kicken wir mal. Porsche. Na, was denn denn? so, hier ein kleiner Ausritt. Ja, wie gesagt, Fallüberschrift, tu's nicht. Bitte. Ja, hier haben wir, hier haben wir, hier haben wir, denke ich, wieder einen klassischen Fall, ähm, unsale Rejoin, beziehungsweise causing a collision, äh, nach dem Dreher auf die Strecke, äh, zurück, ähm, ähm, ja. und, äh, quadratisch, Oktaedermäßig oder aus, wie ne Zippelmütze, mir auch real, wie euer Bremspedal aussieht, Nee, 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 Herr Sablowski, das haben wir heute gelernt, es muss, ne? Es sollte, es sollte, äh, ergänzen sollte, das ist ein Unterschied, sollte und ergänzen sollte ist ein Unterschied. Ja. Herr Jutke, knallen Sie da jetzt die Strafe raus, ansonsten. Ja, hab ich's doch jetzt gemacht, Herr Sablowski, ich warte nur darauf, dass Sie mir den nächsten Fall geben. Na, ach so, na denn, äh, 3, 2, 4, 6, 1, Herr Jutke. Der ist ja alt. Der Fall ist wirklich sehr alt. Das ist GT4, Herr Jutke. Oh, richtig. GT4, Herr Jutke. GT4. Hier kann man, denke ich, auch wieder diskutieren über das Verhalten des vorausfahrenden Fahrzeugs, über... Ich find den BMW noch viel interessanter. Ja, 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 leider, leider haben wir das nicht mit. Aber er hat ihn wieder hingeschoben. Ja, ja. Der BMW, das ist aber auch, glaube ich, so ne menschliche Reaktion, ah, da vorne ist ihn, er lenkt rechts und in dem Moment, ja, okay, da war einer neben ihn. Also da würde ich, ich glaube, das passiert auch, kommt in den besten Familien vor. Aber hier geht's ja um, äh, der Techtel Mechtel, äh, die Begattung des Porsches mit dem AMG. Er steht halt voll auf der Bremse, ne? Ja. Aber er ändert leider nichts daran. Nee, er bremst nur drei Viertel. Aber, ist das nicht, nee, die Anzeigebacke ist das nicht, genau, das ist nur das kleine, das letzte kleine Stück, genau. Ja, nee, 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 weil bei Mercedes wird ja auch voll angezeigt. Ah, ja. Also der Porsche bremst nicht voll. Genau. Was hier aber, wie gesagt, äh, mit beachtet werden muss, ähm, ist erstens das Wetter, ähm, und zweitens, dass der AMG schon wirklich sehr langsam ist und dann auf die, äh, Ideallinie zieht. Aber, wie würden Sie entscheiden, Herr Juttke? Knifflig, ne? Ja, ich würde ihn bestrafen. Ja. Also ich finde es nicht, ich finde es nicht knifflig, weil er, also er ist nicht voll auf der Bremse. Für mich hat Regen, also das sieht für mich, äh, nicht so aus, als wenn er jetzt irgendwie nichts sehen kann, weil das ist kein Monsoon. Also das kann er auch nicht machen. Ja, es ist schwieriger, weil der Mercedes, äh, härter bremst, aber am Ende bist du trotzdem, dafür, ja, verantwortlich. Ja. Also auch hier die Ermittlungsbehörden haben ja auch eine Strafe vergeben. Und es war Runde 1. es kommt, es kommt, genau, das wollte ich gerade noch dazu sagen, äh, war Runde 1. Entschuldigung. Es ist nicht zu entschuldigen. Aber ich finde es schön, dass wir heute so durchwachsen unterwegs sind. Also nicht nur auf einer Strecke, sondern auf allen Strecken, in allen Rennserien unterwegs sind. Herr Hüttke, da habe ich, da habe ich drauf geachtet. Äh, wir hätten jetzt auch, äh, von 17 bis 24 Uhr Paul Ricard machen können. Aber auf der Geraden. Ganz genau. Ganz genau, Herr Hüttke. Also nochmal für die Menschen da draußen, es spielt keine Geige, was der Vordermann macht. Solange der auf der Straße ist, auf dem Asphalt, spielt das keine Geige. Also das kann man fragwürdig finden und den ganzen Pipapo, du hast als Hintermann auf deinen Vordermann zu reagieren. Ja, es gibt natürlich eine Einschränkung, wenn ich jetzt einen kompletten Breakcheck mache oder, äh, auf einmal auf der Geraden, irgendwie, mitten auf der Geraden komplett Bremse, ne, also, ne, aber, ja. Herr Sablowski. Schon klar. Nö. Schon klar. Äh, schon klar. Herr Hüttke, na, wann denn? Na, wann denn? Dann geben Sie mal den nächsten Fall jetzt hier. So. Ich habe mal noch nicht einmal gehämmert, ey. 3, 2, 4, 6, 3. Den einzigen Hammer, den Sie, äh, Wann haben Sie denn das letzte Mal gehämmert, Herr Hüttke? Ja, ist schon, also, lange her. 3, 2, 6, 4, 3, ja? Jawoll. Das letzte Mal habe ich gehämmert, da waren Sie noch Quark im Schaufenster. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Gut, äh, den Gewürzprüferin gehalten. Warum zeigt er uns nicht, ob er das Auto gefangen hat? Hat er nicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Hier mal Laguna Seca, ja, wirklich, heute ist ja richtig ein Potpourri, das ist ja ein richtiger Multivitaminsaft, der Strecken heute. Ja, na logen. So, hier schön wenigstens, der macht das von außen. Ah. Ergänzend sollte. Ergänzend. Sollte das drinne sein. Und das ist nicht die Wortbedeutung von sollte, sondern ergänzend sollten. Das habe ich in der Universität gelernt, Herr Sablowski. Ja, ich war nur auf dem Bretter College. Ja, ich denke, hier ist der Fall klar. Er überlegt sich hier dann... Das Körb kriegt ein 28-Tage-Bann. So ein Ding ist das. Ganz genau. Ganz genau. Aber reden Sie zu Ende, Entschuldigung. Ja, also, ich denke, hier, wo wir wieder bei Vordermann und Hintermann eben gerade waren, ja, hätte einfach der Hintermann ein bisschen besser aufpassen müssen, hält er seine Gewürzprüfereien, holpert dann über den Körb, ruppt ihm die Nasenscheidewand auf und ja, dann kommt er zum Malheur. Sie wird aber bei 160 unterwegs. Ja, ja, 160 minus 0,4, hier Standardstrafe. Standardstrafe. Herr Sablowski, ja, was? Was haben wir denn im Angebot? 3-2-4-6-5, Herr Rüttke. Ja. Paul Richard. Unorthodoxe Linie. Das ist die Fallüberschrift. Ja, waren beide Sichten. Also, wenn du klug scheißen willst, dann guck richtig hin da im Saal. Was wird denn das hier? Ja, deswegen unorthodoxe Linie. Was? Also, Herr Sablowski. Mhm. Was? Ja, was ist? Ja. Also, ich mein mal, der Unfall ist jetzt, also, am Anfang wirkt es nicht so doll, ne? Dann könnte man sagen, ja, okay, aber, was denn da im Nachgang noch passiert, ne? Schon ein bisschen blöd. Komisch, die meisten wissen, was ergänzen sollte, bedeutet. Huh. Oh, der erste, der erste Bord auch angeschoben. Ja, das ist ein bisschen, also chaotisch, ne? Ja, 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 ja. Auch da, also so kommt man da auf jeden Fall nicht um den Rechtsknick, das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Ja, müssen wir hier bestrafen auf jeden Fall, minus 160, minus 0,4. Muss man einfach ein bisschen mehr aufpassen. Können wir nur sensibilisieren. Also bei Rallye würde es da noch rumkommen? Ja, da ziehen sie auch aber am Hebel. Das ist richtig, ja. Das gibt es ja leider nicht bei den Autos. Ganz genau. So, Herr Hütjöl, machen wir weiter, wa? Ja, bitte. 3, 2, 5, 4, 6. 3, 2, 5, 4, 6. Ja, 3, 2, 5, 4, 6 mit dem wunderschönen Titel Aus dem Weg, Motherfucker. Mit solchen Worten? Oh, oh. Sie werden gleich sehen, warum ich diese Worte wählen musste. Oh, oh. Oh, oh. nicht. Nö, wieso? Am Kurven Scheidelpunkt ist er auch daneben. Ja, na dann, no further action. Ja, würde ich auch sagen. Ist ja am Kurven Scheidelpunkt ist er auch daneben, oder nicht? Ja, wirklich, ja, 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 ja. Nö, also, da würde ich ganz klar no further action machen. No further, ja, 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 ja. Doch. Dann machen wir jetzt Feierabend und eine Molle zwirbeln, oder was? Also, ich würde auch ganz ehrlich sagen, das war seine Kurve und der BMW hat ihm einfach keinen Platz gelassen. Ja, stimmt. Hier, das macht einfach die Tür zu. Locking, moving under braking. Tatsächlich, das ist wirklich vom BMW, moving under braking. Das sieht man doch ganz klar, wie er da reingeht beim Bremsen. Ja. Also, ich finde auch, dass der BMW da den Ferrari abgedrängt hat. Ja, 28 Tage, oder was machen wir? Für den BMW? Ja. Ja, würde ich eigentlich Permaband machen. Na gut. Weil er war ja nun wirklich daneben. Ja, na eben. Gut, einfach. Naja, also dem Ferrari, ich meine, unter uns passt Thorntöchtern, den trifft ihr keine Schuld. Das ist... Das ist aber auch eine witzige Idee. Aber der, also... Nee, den Witz mache ich jetzt nicht mehr. Herr Sablowski, können wir das bitte für das nächste Episode ändern lassen, dass er nicht mehr ergänzen sollte steht, sondern Pflicht, weil das ist für uns auch scheiße, weil... Ja, Jutke, da haben Sie... Sagen Sie mal, hören Sie mir überhaupt zu, was ich hier manchmal aus der Lippe fallen lasse? Ja, höre ich zu. Na sehen Sie, das habe ich doch vorhin gesagt. Ich habe das auch gleich schon bei uns, äh... In, in, in... Nee, das war vorhin das andere. Ich schreibe gleich nochmal, äh, direkt hier... Report-Guideline anpassen. Ja. Wat-Guid-Line. Äh. So. Na denn? Jut! Wat haben wir denn? Ja, Jutke, na, warten Sie doch mal. Jetzt, äh, so. Hier. Äh, drei, zwei, fünf, fünf, fünf. Na, also, wir müssen vielleicht nochmal auswerten, Herr Jutke. Vielleicht hat Einer die Ironie nicht verstanden. Der, der Strafe kriegt wegen... Der, genau, Ferrari, genau, Ferrari, äh, absolute Dive-Bomb. Hier, Strafe minus 160, minus 0,4. Ja. Genau, völlig klar, also. Auf jeden Fall haben wir ihn ein bisschen ironisch behandelt. Naja, es war ja sehr offensichtlich doch, oder? Ja, ja, ja. Aber müssen wir hier wirklich nochmal auflösen. Der Ferrari wird natürlich, äh, bestraft. Ähm, minus 160, minus 0,4. Wie heißt denn der nächste Fall? So, der nächste Fall heißt, mit Sand zwischen den Zählen bremst es sich nicht gut, Herr Jutke. Sie ahnen schon, was passiert, wa? Ja, der Lambo steht wieder im Weg. Die Akkofenscheidel waren so doch wieder nebeneinander. Ja. Es gibt auch Permabands, ja. Ja, es gibt auch Permabands. Wir haben hier, glaube ich, bis jetzt einen einzigen ausgesprochen. Ah, ich glaube ja, ja. Einen haben wir ausgesprochen schon mal, ja. Ah, ah, ah. Da hat der Hammer gejuckt, war Herr Jutke. Oh, das sah ich Ihnen. Da habe ich mich richtig gefreut, als ich das Ding abgedrückt habe. So, aber volles Brickert Rennen, die Orgel. Ja, ist auch relativ eindeutig, dass sich jemand, äh, verbremst und... Ja. Da konnte er jetzt in dem Moment... Er wollte halt den Platz unbedingt behalten, ne? Ja. Schön zu sehen, auch hier im Saal ist schon auf jeden Fall in der schwarze Porsche, der da, äh, noch ankommt. Das ist auch sehr, sehr schön zu sehen. Habe ich gar nicht gesehen. Ah, sehen Sie mal, Herr Jutke. Will Sie aufpassen? Junge, Junge. Das ist ja von uns nicht von Relevanz. Mit einem Auge hier drauf und mit einem anderen Auge, naja, das sagen wir mal lieber nicht. Wieso war der denn für ein schwarzer Porsche? Nein, das haben Sie doch mal geduht, Herr Jutke. Mit warmem Anfang in der ersten, in der ersten Szene, glaube ich, dabei. Ja, ja, hier müsste es gewesen sein, ja. Genau. Aber wie gesagt, hier geht es um den BMW und den Lambo und auch hier, klar, nach dem Rejoin erstmal alles soweit gut. Ach so, haha, huch. Da kommt der Porsche angeflattert. Ja, also hier nach dem Rejoin erstmal soweit alles gut und dann, ich glaube, das passiert relativ häufig. Wenn man nicht die Spur fährt, die Linie fährt, die man normal fährt, sich dann erstmal auf der Strecke wieder orientieren muss, dann verpasst man oft den Bus oder den Bremspunkt. Klar, müssen wir aber auch hier bestrafen. Minus 160, minus 0,4. Korrekt. So, Herr Jutke, die letzten drei Fälle des heutigen Tages. Oh, na dann. 3, 2, 5, 1, 6, El Clasico. 3, 2, 5, 1, 6. Wir springen aber hin und her heute. Ja, na ja, Jutke, wie gesagt, wir wollten so ein bisschen... Ein Potpourri machen. Ist ja nicht schlimm. Ganz genau. Ist ja überhaupt nicht schlimm, Herr Sablowski. Einen schönen gemischten Salat. Na klar. Na klar. Also hier haben wir Unfall, wie er tagtäglich passiert. Einfach ein bisschen mehr Schwung in die Kurve mitgenommen, beziehungsweise aus der Kurve, wo man es jetzt... Genau sehen wir so, ja, hier ist noch in die Kurve rein. Mehr Schwung mit reingenommen. Muss man ein bisschen mehr aufpassen. Sensibilisieren wir, glaube ich, jedes Mal. Also so einen Fall haben wir mindestens immer einmal dabei. Das ist so der Klassiker, Omas Erbsensuppe mit Bockwurst unter den Unfällen. Hier können wir einfach nur nochmal wieder darauf hinweisen. Sensibilisieren, ein bisschen aufpassen. Aber auch hier, klar, passiert einfach, da wird keinem der Kopf abgehakt, außer ein bisschen Elo weggenommen. Ist so. Der BMW stand nicht auf der Bremse, das hat mich geärgert gerade. Der steht nicht auf der Bremse danach. Ja, das ist ein guter Hinweis, dass sie den da noch mitgeben. Der lässt sich halt schieben. Bremst nur ganz kurz. Er hat auf der Bremse stehen bleiben können. Aber bleibt jetzt hier... Also er bleibt stehen, ist alles gut, ne? Aber so als Hinweis. Also das ist keine Kritik an denjenigen jetzt. Ne, ne, ne. Man hätte vielleicht ein bisschen auf der Bremse treten können. Ja, aber auch hier müssen wir halt, klar, Strafe vergeben, minus 160, minus 0,4. Ja. Na dann. So, Herr Juttke, Unfall Nummer 347824,435 ist die Fallüberschrift, Fall 32477. Nach unten, Herr Juttke, nach unten. 32477 ist die Nummer... Ich lass mir Zeit. Ja, Herr Juttke. Schon aus Prinzip, weil sie so rumspringen. Ich mach das hier ganz in Ruhe. Aber wirklich in Ruhe. Sie werden ja nach Stunden bezahlt. Na ganz genau so sieht es wie aus. Na, was denn denn? Na, auch hier haben wir nochmal die gleiche Situation, nur in einer anderen Kurve. Bloß, was ist hier die Besonderheit? Findige Menschen haben schon aufgepasst. Die senden die Postkarte schon ein. Wir sind hier natürlich in Runde 1. Was das Strafmaß ein bisschen erhöht. Der Klassiker. Ja. Ganz genau. Das ist wirklich ein Klassiker, ja. Deswegen auch Unfallnummer 374.812, Schrägstrich 3, Absatz 4. Ja, und dadurch, dass wir hier in der ersten Runde sind... 200. Es gibt... Ja. Genau, minus 200, minus 0,5. Naja, dann... So, Herr Jutke. Dann, last but not least, unser letzter Fall für heute. 3, 2, 4, 5, 9. Also, ein bisschen nach unten. Wie wir wirklich in den ersten drei Fällen hoch, runter, wieder hoch und jetzt gehen wir wieder runter. Ja, sie sollen ja auch was tun für ihr Geld, oder nicht, Herr Jutke. Kann sie ja dann hier immer... Sie sollen ja auch ein bisschen was machen. Ich hab hier heute noch nichts verdient, Herr Sablowski. Sitzen ist das neue Rauchen, Herr Jutke. Ja. Muss sie da auch mal ein bisschen scheuchen. Mhm. So. Drei Fäden durch ein Nadelöhr. Hier hat der Audi schon mal so ein bisschen Glück gehabt. Ich gehe hier mal ganz kurz auf den Saal ein. Wenn es in einem Rennen war, in einem offiziellen Rennen, also wirklich in einem Session-Rennen, dann haben wir das schon auf jeden Fall, weil wir haben da einen Bot. Sollte er im privaten Chat auf der Webseite beleidigt haben, da brauchen wir dann ein Ticket und ein Screenshot auf unserem Discord. Aber sobald er in einem offiziellen Rennen von uns da irgendein Blödsinn geschrieben hat, dann haben wir das schon quasi auf der Liste. Weil wir die Chat-Exports bekommen. Mal ganz kurz off-topic. Herr Sablowski, was haben Sie denn hier entschieden? Ich frage Sie, Herr Jutke. Wie wollen Sie denn entscheiden? Nee, nee, nee. Was haben Sie denn? Nee, ich frage Sie. Nee, Sie kommen ja hierher mit einer Eintragsschrift. Was haben Sie denn entschieden? Also, auch hier, den letzten Fall hatte ich mir dann nochmal aufgelassen. Kann man sowohl als auch. Wir haben uns aber hier für No Further Action entschieden. Wer hat wen reportet? Äh, reportet. Wann sei Jutke? Drei, zwei, vier, fünf, neun. Prüfen wir nochmal nach, aber das war auch soweit gewesen. Alles richtig. Drei, zwei, vier, fünf, neun. Jetzt muss ich da... Ja, der Aston. Der Aston wurde vom Audi reported. Also, der Audi hier reported den Aston. Und auch das... Ja. Ist, denke ich, auch ein bisschen interessant bei der Entfindungsscheidung. Nee. Bei der Entfindungsscheidung. Junge, Junge, was ist das denn für ein Wort? Bei der Entfindungsscheidung. Cool. Äh, ja. Herr Jutke. Ich frage Sie. Wie würden Sie entscheiden? Ich würde da gar nichts machen. Ganz genau. Dann sind wir doch mal auf einer Linie. Der Audi hat hier eigentlich extrem Glück, dass er hier den nicht abräumt. Also, da hat er wirklich schon Glück gehabt. Er war da schon ordentlich unterwegs. Der Aston hier hält seine Linie. Und dann zieht der Audi einfach rein. Also, gefühlt zieht der Audi eher nach links, als der Aston nach rechts kommt. Und dementsprechend, ähm, haben wir uns dafür No Further Action entschieden. Ja, hier macht immer innen rein. Und, äh, die Linie allgemein wild und unberechenbar. Und, äh, ja. Dementsprechend No Further Action. Also, hier hat er einfach schon Glück, dass er den, äh, Aston nicht aufruft. Wie Fanan's letzte Zigarette aus der Schachtel. Nö, also würde ich, äh, nö. Würde ich nichts machen. Gehen sie mit, gehen sie mit, ja? No Further Action. Nö, würde ich auch machen, ja. Ja, dann ist das dagegen gut das Stichwort. Dann machen wir jetzt auch No Further Action. Ich habe gedacht, sie entscheiden sich für das Gegenteil. Nö. Weil der Audi fährt mir da einfach, der fährt halt dem Essen direkt vor die, vor die Karre. Also, irgendwo muss man ja auch ein bisschen Platz lassen, ne? Ja. Tja, Herr Sablowski, dann war's das mit uns zwei Hübschen heute schon wieder. Ganz genau. Ich werde wieder von Ihnen träumen. Das freut mich wirklich sehr und, äh, berührt mich ungemein, Herr Sablowski. Das freut mich. Ja. Gibt's doch was zu sagen? Ich hab sie lieb. Ich sie auch, Herr Juttke. Bis in zwei Wochen, dann wieder mit neuen Filmen. Mal gucken, hat Ihnen das gefallen mit dem Blog oder, oder war das, äh, wie gesagt? Nö, das, also, das können wir ruhig machen, Herr Sablowski. Ist nur, also so währenddessen ist es ein bisschen schwierig. Weil, das war heute, das hat mich wirklich ein bisschen aus der Kalten gelockt, verstehen Sie? Da wäre ich immer ein bisschen fuchsig, wenn ich schon wieder fünf Sachen anpassen muss. Heute stimmt ja Ihre Kamera zum Glück. Naja, wenigstens was war, Herr Juttke. Nee, aber, äh, das kriegen Sie schon hin. Wir sagen, wir machen das so, dass Ihre Platine nicht zu heiß läuft. Es geht nicht darum, nee, es geht einfach nur logistisch darum, was der Saal sieht, verstehen Sie? Und das muss halt so ein bisschen... Verstehe ich, verstehe ich, Herr Juttke. Mit Maß, ne? Naja, Alter und Technik, ich weiß, da ist das manchmal am Kriegsfuß und so. Gut, Herr Juttke, na denn, ich grüße Ihre Frau und meine Kinder, ähm... Ja, grüße Sie mal Ihre neue Frau und Ihre Kinder oder meine Kinder und machen Sie mal was in Wollbach. Ja, Herr Juttke, wir sehen uns in zwei Wochen, will er an Ort und Stelle, gleiche Welle. Mit Nadella. Tschüssikowski. Wollen Sie vielleicht eigentlich auch nochmal die externen Menschen irgendwie grüßen, die sich das hier später ansehen? Die externen Menschen? Ja, das ist ja, wird ja nochmal Sonder ausgestrahlt auf YouTube, ne? Hallo, liebe externen Menschen. Ich grüße euch. Auch wenn ihr extern seid, könnt ihr intern werden. Schaltet einfach nächstes Mal ein, wenn es live heißt, Judge Dizzy und Ronny Zabloski. Sei nicht mehr extern, werde intern. Du hast jetzt die Chance. So? Das ist ja Sonderblowski, also mir schmilzt das Herz. Das war wundervoll. Gut. Gut. So, dann ruf auf Beate und tschüss. Jawohl. Bin dir ballert. Roswitha, tschö. Jawohl, hauste Rheinland, falls wir uns nicht mehr sehen. Hehe, tschüss. Ja. Das ist ein Knallkörper, ne? Den kannst du in der Pfeife rauchen. Drei gehört, Herr Jutke. Entschuldigung! Hast du bis zum Ende geguckt? Leider kein Hammerschwung dabei. Ich hab alles gegeben, hat aber nicht geklappt. Dude, vielen Dank fürs Gucken. Schreib doch noch einen Kommentar unten drunter, wie dir das hier gefallen hat, der Spaß. Und mach doch nochmal ein Däumchen rein, den einen oder anderen. Und machst du noch ein Abo und die Glocke an. Und dann sag ich tschüss und bedanke mich, dass du hier warst, ne? Und tschö.